ja hallo leute willkommen wieder auf meinem kanal da ja diesmal keine kommentare bis jetzt von euch gekommen sind was ich machen soll habe ich mir gedacht wir fangen heute mal an mit dem schnitzen ich habe mir mit der kleinen axt schon mal so eine löffel form vorgehauen ja habt ihr dann schon mal leicht ausgehöhlt damit ich die dafür fläche ja dann fangen jetzt mal an den schlöffel zu schnitzen machen wir fertig und gucken wir gleich noch zu machen können schaut mir einfach zu bleibt dran und viel spaß beim video immer mehr so immer mehr was von einem löffel so Vielen Dank. Ja, Leute, der Löffel ist fertig. Habt ihr jetzt gerade noch mal leicht übergeschliffen mit so einem kleinen Stück Schmirgelpapier. Ja, aber wie ihr sehen könnt, der Löffel sieht doch echt gut aus. Könnte man jetzt eine Suppe mit essen. Schön, Löffel fertig. Schön, Löffel fertig. Schön, Löffel fertig. Schön, Löffel fertig.